willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's click clash of clans mit mir dem torsten und ja ich wollte eigentlich das ist so eine so eine frage folge welches rathaus findet ihr ist das schwierigste bei clash of clans ich muss sagen im moment ich habe mich die tage auch mal mit ein paar leuten unterhalten ich finde auch dass das rathaus 10 im moment am schwierigsten ist warum ist das rathaus 10 eigentlich am spiel ist das gute das ist eine gute frage weil wenn man immer so den direkten vergleich hat 10 10 9 9 8 8 ich glaube dann ist 10 10 immer noch das nackigste was du hier im spiel haben kannst also wenn es darum geht drei sterne zu holen ich werde heute kein keine drei sterne mit diesem account und ich glaube es ich glaube es nicht wirklich denn es ist unheimlich schwer also ich habe jetzt zwar viele sterne mit dem alex auch gesammelt allerdings sind da ganz ganz viel aus dem rathaus 9 bereich dabei und auch hier kombinierung rum so ein bisschen einfach auch dieses rathaus hier zu leveln und auch da ihr seht dass ich habe noch unheimlich viel hier offen aber man man will immer viel auf einmal haben aber ich denke mal der zauber hier ist im moment der der am gängigsten ist bzw der glaube ich irgendwie am besten ist oder der am besten in meine armeen passt denn den brauche ich immer ganz häufig und deswegen glaube ich auf rathaus level 10 geht ja glaube ich auf fünf denke ist ist ja auch max max level und ich habe hier zwei armeen vorbereitet ich will heute in jedem fall mal im klankrieg hier live angreifen mit dem 10er bevor ich das aber mache ich vergesse das auch immer wieder dann gehe ich hier plötzlich dann stunden oder tagelang raus aus dem game dass ich hier auch noch ein bisschen was zu tun habe und ich glaube wir nehmen hier wir nehmen hier mal ein tesla wir nehmen mal verborgenen tesla der dauert auch sechs tage ich brauche immer so ein bisschen ich habe jetzt viele langläufer vor mir das ist aber auch in diesen accounts für mich ganz gut denn ich bespiele sie ja nicht so oft und wenn ich dann mal farme dann haue ich mal so eine stunde in den sack so wie jetzt so dass ich das jetzt auch gerade so geschafft habe dass ich wenigstens wieder ein bauarbeiter anstoßen kann und ich würde sagen wir gehen mal in den laufenden klaren krieg rein es steht 46 27 das sieht eigentlich ganz gut aus noch für uns aber der gegner hat halt auch noch nicht so viel angriff wie wir ich kann hier letztendlich nur noch zwei zehner machen ich weiß nicht ob ob der der sich das ding hier jetzt reserviert hat ob er die base schafft die base ist nicht die base ist nicht einfach beziehungsweise doch sie ist einfach das ist nämlich eine base die könnte im tutorial spielen wenn ich tutorial meine tutorial dann meine ich diese dinge hier diese trainings hier und ich glaube das ist dies nur ein bisschen seiten verkehrt und ich glaube das ist im rathaus 10 im rathaus 10 bereich mit den minern mit meiner money oder wie heißt das hier meine meine money meine money okay ist das glaube ich diese base die man da hat ich gucke mal gerade rein wir können ja mal einfach ein angriff gehen sie ist das glaube ich nur gedreht und ja dass das müsste sie aber sein so in etwa und wenn er wenn ihr das spielt dann reiht ihr diese base aber ich gehe mit meinem ersten angriff heute auf ein rathaus 11 habe ich mir gedacht auf den 12 hier das hat sich sicherlich auch schon der baba king hier gedacht ist nämlich auch noch rathaus 10 also ist gar nicht mal so einfach die base ist jetzt noch nicht so stark was rathaus 11 angeht aber dann zweier adler der ballert ganz gut rein kann man nicht anders sagen alles andere hat dann auch schon ein bisschen höher ich sehe die die x büten sind alle schon auf fünf und die machen den unterschied die können schon den unterschied ausmachen denn von level 4 auf level 5 sind es 30 dps die die mehr machen also 30 mehr schaden und das ist schon enorm rechnet das mal durch vier mal 30 mehr eben 120 dps mehr hier in so einer base nur von den x büten ja aber ich denke mal den den machen war ich muss jetzt mal überlegen wie ich eigentlich vorgehe ich habe eine karre ich habe herr hexen riesen und ich will zwei sterne haben das ist mein ziel ich will zwei sterne haben auf drei sterne bin ich gar nicht aus und ich würde sagen wir gehen auf angreifen 31 king 40 queen und ja auch da bin ich mir nie so richtig sicher nehme ich einen hammer oder oder was auch immer und aber hier hämmern wir nicht hier geben wir mit den riesen vorweg das sollte sich der master hier mal anschauen denn der master hat immer eine ganz komische reihenfolge seine truppen hier in so eine base reinzubringen so da ballert jetzt schon der adler ist das richtig der adler ist schon am ballern jawohl dann nehmen wir hier schon mal etwas mehr gift würde ich mal so sagen denn wir giften auch gleich die die queen mit mal sehen wie weit diese karre jetzt durchfährt normal dann kann ich ah nein den sprung habe ich jetzt schon wieder verheizt den sprung habe ich schon wieder verheizt hier das ist natürlich sehr ärgerlich kommen adler muss da weg der adler muss da weg der sprung hätte noch ein bisschen weiter sein können dann wäre ich hier noch ein bisschen enger in die base reingekommen aber ich kriege hier die infernos auch nicht weg ein habe ich weg okay eine entfernung ist da weg mir hinten läuft noch die queen rum okay da holen wir uns jetzt glaube ich die restlichen prozent hier unten ist allerdings auch noch ein bisschen was ich würde sagen wir legen die hier mal mal still dann können die außen noch ein bisschen weiter laufen hier hier ist jetzt noch die queen mal sehen das ist auch ein alter die bombe da okay ich habe meine und noch eine bombe es ist das ist auch immer so klar du zündest die queen und meistens hast du eine bombe da jetzt habe ich sie mal nicht gezündet da liegt dahinter noch eine bombe tolle wurst naja okay habe ich aber gesagt zwei sterne hole ich hier und ist für mich ganz in ordnung auf rathaus elf jetzt mit 73 prozent das ist schon wieder mal so ein bisschen training hier für die für die liga und ich muss jetzt ehrlich gestehen ich weiß es nicht genau ob der der kollege der sich die reserviert hat an den nicht nicht die reserviert hat sondern die reserviert hat ob der wirklich den den schafft hier wer ist das eigentlich ist es der lila legende lila legende mal gucken lila legende was er schon gemacht hat okay der ist neu hat zwei sterne auf die 15 und will die 16 auf 3 bringen ich weiß nicht ich würde jetzt diesen hier probieren mal gucken was der was der klaus hier vergessen hat mal sehen was der klaus hier liegen lassen hat bei dieser base wartet mal eben kleinen moment so dann kriegt er keinen schock wenn ich mir mal die nase ziehe klimaanlagen und dieses warme wetter ist auch nicht so das wahre glaube ich kriegst du schnell mal ein schnuppen oder so na ich weiß nicht ob ob wir hier tatsächlich die klanburg auch locken das kostet truppen das ist das doofe klanburg locken kostet immer truppen und das ist es fast nicht nicht wert aber ich weiß natürlich jetzt wo er hier seine sein tesla hat da unten da trollt ein bisschen und ich glaube er trollt auf der anderen seite mal sehen was wie er jetzt eigentlich reingekommen ist zwei da okay da hat es bei mir gerade gebimmelt am ist am desktop kache ist aber schon mal voll durchgegangen da da hat er auch ein boot in die mitte gesetzt für die für die wallets und kommt jetzt hier mit den schweinereitern rein da liegen die bomben okay die liegen natürlich immer immer richtung richtung schweinereiter keine frage heilung 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 was fehlt hier eigentlich am ende das ist hier jetzt die frage was fehlt hier am ende hier kommen jetzt da kommt noch mal ein trolltesla raus okay das aber alles nicht so schlimm zumindest nicht für die schweinereiter da hat er noch ein bisschen clean up jetzt mit den goblins und 98 prozent haben wir gesehen was bleibt denn hier ist noch stehen da ist jetzt noch ich glaube der inferno bleibt stehen der inferno bleibt glaube ich stehen queen kann jetzt noch zünden macht er jetzt auch 35 32 da ist ein bisschen stehen geblieben er ist nämlich etwas eher oder etwas später glaube ich mit meinen zehnern auch hoch gegangen als wir sind so ein bisschen zusammen hochgegangen jetzt nicht beabsichtigt oder so aber er war auch sehr lange rat aus 9 ok karre karre ja nicht ich würde sagen wir machen wir machen diese bäse hier dann muss ich jetzt noch mal gerade rüber ich baue aber noch mal nach allerdings wollte ich diese teure ami gar nicht bauen sondern ich wollte ein bisschen kostengünstiger bauen ich glaube wir nehmen mal wieder unten und ich glaube so ist das ein bisschen besser hier habe ich schon mal ganz ganz an hier nicht sondern hier habe ich ganz ganz viele schweinereiter also auch ganz ähnlich ich muss mal gucken ich habe natürlich noch kein fünfer golem und habe anstelle von vielen vielen magiern so ein paar bola dabei drei die drei da oben sind zum die drei ballons sind zum locken da gucken wir mal ich muss jetzt auf jeden fall diesen klar kurz mal wieder verlassen richtung spätze mit so es muss mir eben eine karre holen und dann machen wir in jedem fall unseren zweiten angriff hier mit dem schwersten aller rathäuser mit dem rathaus ok das hat jetzt ein bisschen länger gedauert nämlich länger als acht minuten ich habe so eine alte eieruhr gefunden das war früher mal früher hatten irgendwie so ein acht minuten gespräch xx pfennig gekostet dann konnte man sich dieses ding hier stellen das was da oben übrigens drauf ist das ist so seien früher die telefone aus und wer das also nicht mehr so weiß ansonsten müsste mal in paderborn dass das nixdorf museum besuchen dort könnt ihr noch richtige telefone sehen aber das war nur mal so am rande ja wir wollen den zweiten angriff machen ich habe alles vorbereitet ich habe die truppen ich habe eine karre ich habe lohnt sich weiß immer noch nicht log ich den oder log ich den nicht könnt ihr mir mal gerne in die kommentare schreiben ob ihr lockt wenn ihr locken könnte oder ob ihr sein lassen weil der weg später für den drachen ist ziemlich weit und er ist ja ziemlich langsam und ich habe so ein bisschen das gefühl mein kiel spot kommt dann nicht so wirklich weit also mal gucken wir gehen mal rein hier und ich würde sagen ja was würde ich eigentlich sagen wir locken ich würde sagen wir locken ich gucke mal ich weiß ja ich weiß ja jetzt wo jeder troll tessler steht er ist ja da so da haben wir jetzt auch schon eine mine ausgelöst dann nehmen wir hier noch zwei von denen dabei und dann kriegen wir den hier sicherlich raus ja oder jetzt kriegen wir jetzt müssen sie kommen jawohl da kommt die clanburg und dann schicke ich jetzt mal mein golem hier los mein gole hier los ein paar von denen von denen dahinter und noch mehr von denen dahinter einmal king und queen die müssten eigentlich jetzt angezogen werden von von den von den helden also von der heldin so muss man es ja sagen so die machen wir auch ganz ganz schnell weg die machen wir ganz ganz schnell weg dort und dann gucken wir mal wie weit meine karriere kommt die kommt jetzt auch nicht ganz so weit ich nehme aber jetzt schon mal den wut hier denn ich habe das gefühl ach scheiße ich hätte den wut gar nicht nehmen brauchen also so ein mist ok dann gehen wir jetzt weiter mit den hawks rein alles klar wir gehen weiter mit den hawks hier rein und die jumpen nach da die müssen jetzt weiter tippeln gehen die audi gehen schon ein schicht 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 die gehen da schon rein das nicht gut das ist nicht gut dann haben wir hier noch mal vier stück dass die jetzt schon reingehen denn ich weiß ja wo die fallen sind ja 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 und noch eine bombe da und noch eine bombe da ja es ist so klar so da müssen wir noch mal durch heilen und hier können wir schon mal leichtes clean up anfangen mal gucken hier oben nichts vergessen hier haben wir den und haben wir dann noch irgendwie skellys an der hacken oder sowas nee wir haben keine skellys an der hacken sondern wir haben annie der king ist da ja schon weg alter falter der king ist da ja schon weg also heilen wir hier noch mal durch ein da ein da und da ist jetzt noch außen die reiten noch einmal nach außen zum tesla ein da ein da und einen einzigen bogenschützen habe ich noch okay einen einzigen aber ich glaube dass sie ganz gut aus mit dem clean up hier ja ja komm 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 einmal auf dass das lager da die queen gezündet haben wir noch was auch wir haben nichts geiler scheiß okay da ist noch die klar buch die hat natürlich noch ein paar trefferpunkte 51 sekunden noch also der edel scout hier vom klaus hat es doch gebracht das ganze ein bisschen um zu planen aber keine frage der zweite angriff ist dann häufig der der es dann halt unter umständen bringen kann hätte ich jetzt gar nicht so erwartet muss ich sagen dass ich das so mit den hoxenkrieger aber mein kiel scott hat ein bisschen länger überlebt ich habe auch nur ein golem dabei gehabt ich glaube er hatte zwei das sind 30 truppen die man dann auch ich will nicht sagen verspendet aber eigentlich gibt es ja nur das ziel cb und die queen vielleicht noch ich habe jetzt auch nicht gesehen dass der king auch schon mit hin war war natürlich super in mitte meine valküren da habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet ob die jetzt gut überhaupt jetzt schlecht fahren keine ahnung aber ich glaube den aber noch ganz gut gemacht und haben wir hier unten vielleicht noch wenn der wenn der lila wenn die lila legende es hier nicht schaffen sollte haben wir sicherlich noch ein elfer ich muss jetzt meine angriffe auch mit dem ratos 11 so ein bisschen plan aber 48 das sieht schon mal erst mal ganz gut aus und der gegner der gegner fehlt auch nicht muss man sagen der wir hatten ebenso so krass angegriffen gott of war gegen den ober hat der war wirklich mau muss man sagen aber naja mal sehen wie das hier ausgeht ich wollte in jedem fall mit der truppe greife ich dann noch mal mit an man kann ein bisschen mit üben machen wir mal man kann ein bisschen mit üben denn ich muss unbedingt mit den ratos zehnern hier üben und deswegen baue ich die truppe einfach mal nach ich hoffe die folge hat euch gefallen also für mich ist das schwierigste rathaus das rathaus zehn dorf für manch anderen ist es vielleicht schon das sechster dorf oder siebener dorf keine ahnung aber nichts desto trotz spielen wir die tage auch mal hier diese trainingsmissionen hier sind sicherlich ganz interessant vor allen dingen für beginner sind sie sehr sehr gut sie fangen aber auch hier erst ab rathaus vier an ich glaube ab drei kann man dann schon spielen man kann glaube ich immer eine rathausstufe höher spielen als dass man selber ist aber irgendwann werde ich natürlich auch mal mit denen anfangen um mal zu gucken was das so ist ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen wenn ja dann was mir am ende ein daumen nach oben da das ende ist nämlich jetzt also hier ist der daumen abonnieren nicht vergessen glocke nicht vergessen dann sehen wir uns am wochenende bis dahin euer toto so